Wir präsentieren hier die Touristinformation, den Tourismus Villingen-Schwenningen der Baden-Württemberg-Stadt, Villingen-Badisch, Schwenningen-Württembergisch und sind hier das erste Mal auf der Moment-Tour und wollen unsere Stadt hier näher bringen. Unsere Stadt bietet natürlich eine wunderschöne Altstadt, eine historische Innenstadt mit Bürgerhäusern, mit Tortürmen, mit einer fast intakten Stadtmauer, verschiedenen Kirchen, Museen. Es ist eine ganz tolle Stadt für Besuche, sowohl für Vereine als aber auch für Individualreisende. Wunderbar ist bei uns, dass die Innenstadt eben ist. Es gibt also keinerlei Treppen oder Berge zu besteigen und ist deshalb auch ganz besonders interessant für die älteren Menschen oder die Gruppe 50+. Wir bieten Stadtführungen in ganz, ganz vielen Variationen, zum Teil Themenführungen, kostümierte Führungen, Führungen für Einzelreisende, Führungen für Gruppen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.